ich bin euer nexus lp und ich melde mich zu einem play for free video gedöns auf der neuen map jacob ja die neue map heißt minja und ja ich sag auch einfach mal hallo und herzlich willkommen bei mir ich mache das video in zwei teile also es gibt einen teil mit einer runde und den zweiten der zweiten runde und du machst ja glaubt schon und ja die erste teil auf mianmar der neuen map der zweite teil auch auf mianmar weil es ein minja special ist ich kann die map nicht aussprechen wenn es irgendjemand kann schreibt mir kommentare mit mit lautschrift ja das wäre eine geile sache ja dass wir uns allen sehr helfen weil die die gratis kommentare machen ja und wir schnappen uns einfach mal hier was ist es b das ist so der hauptpunkt von diesem ja ich wurde gerade schön vom apc genutzt macht spaß im b er geht die meiste action eigentlich ab wenn man nicht gerade genutzt wird da steht nämlich auch dieses eine große gimmick das ist ganz lustig ist und zwar dieser gong wenn man dagegen schießt dann macht es bing ganz nett eigentlich gemacht und ja ich finde die map auch sehr liebevoll gestaltet wie gesagt mit sehr viel liebe ja kennbar ich jetzt nicht so von ea oder von easy macht es glaube ich ja ja easy auf jeden fall wirklich gute arbeiten muss man sagen haben für der karte haben sich wirklich mal müde gegeben man sieht ja manchmal vögel rumfliegen muss sagen und ist alles ganz nett gemacht also von der map her ist es sehr gut auch vom gameplay ist sehr gut ist immer spannend man weiß nicht wo die gegner sind weil ja ist ja unübersichtlich ist klar die map ist jetzt aber trotzdem man muss sagen sehr unübersicht zum thema zum thema map das jetzt hat auch keiner plan wo er lang laufen muss bis jetzt ist alles sehr hektisch das erklärt auch warum viele einfach medics spielen weil sie da einfach mit der kugel mit den grünen stemmen können was es schwein hält oder ja den ersten camperspots habt ihr gerade schon gesehen da oben kann ich nicht geil abschütteln und ja da krieg ich schon wieder so ein bisschen aggression aber scheiß drauf das ist jetzt übrigens auch schon unsere ja dritt näher ist die dritte aufnahme und die vierte runde die wir aufnehmen weil wir haben ein bisschen einfach so unglaublich skillig weil wir haben es geschaffen erst mal dass ich meinen mikroson nicht aufnehmen damit zweit mal dass der check aus dem mikroson nicht aufnehmen ist einfach die besten ja ausgeschlossen ich habe aber ja ich habe aber sogar noch eine ausrede ja weil ich habe ein neues headset da kann es passieren und ja also ja ja die ganzen scheiß ich wirklich sehr sehr leid er ständig so ist auch der karte gibt es so sagen so sandbunker die man von oman schon kennt die sind ja aber besser verbaut also mehr mit mehr taktik man man kann es auch mehr nutzen ja es gibt auch hier einen schönen chinesischen tempel der etwas was wie heißt hier der dragon valley genau dragon valley aber hier ist der tempel auch begehbar und wirklich taktisch verdammt cool und jetzt zeige ich mal ganz kurz den gong warte nicht unbedingt mit der rg oder vielleicht mit der reise waffe ja der gong der zung kreis ist das nicht unbedingt ein easter egg ist letzte runde hatte ich im medik da hatte die ganze zeit drauf geschossen ja also das ist so glaubt dass das machen die ganz gerne wenn man einmal spaß dran gefunden hat der macht total zu machen es darf ich ja auch keinem erzählen aber wir sind vor einer private lobby gejoint also wir haben den server gesucht und so beide als menschen haben wir einfach nur auf den gong eingeschossen ist ich mach einfach wenn man lange weil der hat das macht mal so ein scheiß und ich finde auch gut von entwicklung dass man sowas einbaut weil das einfach ein bisschen den reizen wie mehr ausmacht ein bisschen witz ein bisschen lockerheit drin ist und das kommt halt durch diesen gong halt da rein irgendwie haben das irgendwie gut gemacht und gut geschafft also wirklich gute karte sehr schön animiert auch mit dem dschungel hier gibt ja auch diese dschungel outfits mittlerweile und und ein dschungel kämer ja ein dschungel kämmen oder keine ahnung für die utzi ja sehr überraschend utzi hallo wer hat die utzi ich habe es mir auch besorgt weil ich die utzi habe und weil ich so viele fonds habe und so viel zeit und so viel geld mag ich nicht angeben aber ich habe es mir geholt und ich habe es jetzt noch nicht damit gespielt aber ich glaube das wollen die nur dass man mehr sich die utzi kauft weil die süße an der jungs ich sehe ich kein blut ziehen aber auch mit grund um nicht zu sein ja also wirklich begründet ist auf jeden fall weil hallo die utzi ist sowas von mies weiß man gar nicht warum anfangen das ist schon wahnsinn aber es war zu karte hier ist es wieder bei mb wie gesagt diesen tempel der mittelpunkt der ganzen map eigentlich also wo es die meiste action so abspielt normalerweise hier ist der gang sehr schön ja also ich finde auch wie ich hier kann man überall rein auch in den diesen tempel also man kann nicht nur diese türen rein die da gemacht sind also mag man solche bruchstellen wie hier kann man einfach rein schlüpfen und dann merken die gegner nicht dass da schon wieder gegner drin sind und das macht auch den reiz dann wieder aus weil man einfach nie weiß wo jetzt der gegner genau befindet man hat auch wirklich sehr sehr viele laufwege ja aber es gibt natürlich auch fahrzeuge sind unter werden fahrzeugen es gibt für jeden mannschaft ein apc und zwei haben wie es oder diese dv hier ist auch immer heißen und ja das sind so die transport fahrzeuge bin ja ganz gut weil er kann immer so eine fünf oder vier gruppe können vorwaschen und sich ja scheiße sich zwei punkte holen und dann dann ist es halt wie bei anderen maps auch da kommen mal die infanteristen danach helis gibt es leider nicht was heißt leider ich bin sehr relativ gut aus dem transport für die heli wäre schon mal geil gewesen oder er hat ja wäre schon ganz cool aber ich meine wie willst du den landen die sind überall bäume ganz klein weil die kinder sich diese mieten am krieg benutzt haben sowas meint ein little bird ohne mese ja sowas so wie von battlefield 3 die werden kennen was ich mein sowas kleines und sowas ist ganz nett gewesen aber man kann ja die map ist gut gemacht ist immer happy drüber so und jacob jetzt noch überwachen kombination mit denen sich da gut spielen lässt fang du mal an also muss man sagen ganz ehrlich ist es also medik lohnt sich auf der map lohnt sich auch die ingenier der es ist weil sie nicht so ganz aber dass der dafür eine rolle spielt m sniper auf jeden fall nicht immer hier nicht empfehlen auf der map aber was ist aus der schwarze ist die waffenkombi als ich würde sagen ein starkes mg oder ein starkes smg oder ein starkes essl brüffel und dazu halt eine zweitwaffe entweder eine pumpe oder irgendwas leichtes als ein m4 und gar rpk und zum beispiel meine waffenkombi auch meine waffenkombi ja ich bin so stolz ich spiele jetzt mit mp5 und als erstes habe ich gehabt sekundär eine 870 combat und jetzt habe ich sie einfach mal gegen die xm 80 eingetauscht hier und sie auch wirklich sehr geil also eine waffe die gut für die mensch ist und dann eine nahkampfwaffe die richtig schön rein nutzt und wo man gerade keine ahnung vorbeirut sie waren alles wann überhaupt da was in anderen aufnahmen wir waren gerade bei uns okay ja 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 die xm 80 finde ich doch fast für ihr keine ahnung bedürzt für ihre gutheit ja wer dafür dass ich mit der sogar spiel ist doch sehr unterbenutzt das stimmt allerdings und die kommen auch bei mir in an der us-web im rhein finde ich eigentlich ein bisschen schade um die waffe weil die waffe ist wirklich sehr sehr gut aber muss man sagen ich habe sie früher sehr gern gespielt jetzt auch noch ein feld gerne ich weiß gar nicht warum die so schlecht geworden ich habe irgendjemand irgendwie kauft sich kein mensch die waffe also ich habe sie auch in der krieg hat das ist halt nur durch die die 2 und früher und da wo es halt rauskam hat ja kein mensch die waffe gekauft obwohl die eigentlich relativ gut war davon der damage natürlich nichts mit der mp5 bleibt unangefochten hat die beste waffe aber gut ja war jetzt zum app also was für ich was für klassen habe ich schon gesagt was da empfehlen würde also medik oder ingenieur weil der sniper hat ja einfach zu wenig möglichkeiten mal sich irgendwo hinzusetzen und mal zu snipen weil hier gibt es kaum sniperspots und ja aber keppert spots gibt es viele muss man sagen in der ecken kämpfen man weiß also das ist wirklich echt fies wenn man hier so eine ecke lauert weil da kommen halt immer die gegner vorbei und so irgendwann weiß man auch wo die ungefähr die gegner das alles sind weil dann irgendwann wird sich alles die lauffähige haben sich schon ganz auch rauskristallisiert ja man läuft halt immer so nimmt die straßen keiner die straßen nimmt irgendwie keiner mehr ja ich habe auch straßen und da läuft mal bei dem krieg eigentlich nicht so gern drüber nee 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 kein mal ja also das stil lässt mit seinen vielen wegen und stützpunkt eingängen auch wirklich sehr viel platz für taktik bis jetzt kommt ich nur nicht zum vorschein aber ich glaube da werden sich so ein paar taktiken schon noch aus kristallisieren vielleicht finden wir auch so eine taktik wie man so den gegner besten also angreift bei b oder so weit kann sehr viel flankieren und sehr viel druck machen von hinten gut das war es leicht zweideutig von hinten ja ja da müsstet ihr auch eine geschichte vom jacob kennen ja ja das ist die beste Geschichte man ja hau wir drauf ja du weißt schon was ich meine du weißt ganz genau was ich meine ja das ist der Wahnsinn fuck ja dann erzähl doch mal ja ich hab so einen Kumpel ne der der wenn der mit seiner freundin nicht zusammen ist dann ersetzt der mich als in Klammer sechs objekte ich weiß das klingt komisch aber er macht ja immer so ran und sagt so rah 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 und schweiß ich weiß das klingt voll pervers aber das macht einfach auch Spaß hat wirklich nichts mit so schwuler zu tun wenn seine freundin mir da ist ja dann knallt er die halt auch eben wieder okay sag mal einfach so wie es ist ja 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 auch gar nicht überraschend ablenken oder so nein also wie das war eigentlich schon der erste teil von meinem ja bei mir kommt es am stück ja special auslaufen gehen wir sind jetzt noch ach checkup komm mach du auch mach doch kein unterschied jetzt haben wir haben jetzt aber keine ladens jetzt haben wir kein ladens gehen egal macht trotzdem zwei parts und ja wir sind die russische flagge vor diesem tempel in Myanmar das irgendwo im Vietnam liegt ja und würde mal sagen da ist die runde aus und ist aus und wir sehen uns geiles sets jacob glaub ich wir sehen uns im nächsten part